Etwas ist faul im Start Tillestas, die Zeit ist aus den Fugeln. Denn mit der Entlassung von König Claudio Ranieri begann beim englischen Meister eine andere Zeitrechnung. Der neue Trainer heißt Shakespeare und dank ihm heißt es nach zuletzt zwei Siegen in der Liga, jetzt in der Königsklasse gegen den FC Sevilla, sein oder nicht sein. Es wird eine spezielle Stimmung im King Power Stadion werden. Die Atmosphäre wird elektrisierend. Ich erwarte, dass das Team das Momentum der letzten beiden Ergebnisse nutzt, das Selbstvertrauen mitnimmt und nach vorn spielt. Das heißt nicht, dass wir hinten offen sind, denn wir wissen, dass Sevilla einige Weltklassespieler hat. Aber es wird ein interessantes Spiel, denn wir haben das Auswandtor. 1 zu 2 verlor Leicester das Hinspiel in Sevilla. Im Anschluss wurde Claudio Ranieri entlassen, der erst im letzten Jahr sensationell mit den Foxes Meister wurde. Jedes Ding hat seine Zeit. Aber mit Ranieris Beurlaubung haben die thailändischen Klubbesitzer gezeigt. Um sein Ziel zu erreichen, zitiert selbst der Teufel aus der Bibel. Und das Ziel für Leicester City kann nur noch Klassenerhalt heißen. Der Absturz des englischen Meisters. Es geht nur noch um das sportliche Überleben. Ich blicke wirklich nicht bis zum Saisonende. Wir haben noch wahnsinnig wichtige Spiele vor uns. Darauf müssen wir uns fokussieren. Ich weiß, das alte Sprichwort ist, ein Spiel zur Zeit, darauf kommt es an. Wir werden im Sommer viel Zeit haben, zu reflektieren, zurückzuschauen und eine Bestandsaufnahme zu machen. Leicesters Hoffnung, ein tiefer Fall führt oft zu höherem Glück. Der Rest ist schweigen. Der Rest ist schweigen.